Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier muss es also passiert sein Was ist hier passiert? Dieser Pater Ryan dafür bestraft worden? Allerdings Christine platzte irgendwann mal in die Messe, hat alle umgenietet und alle zusammen abgefackelt Angeblich spucken Pater Ryan und die Nonnen immer noch durch das Gebäude Auf der Suche nach Wache Das ist doch bloß ein Märchen, oder? Dann soll mein Bruder der Neue Der Antichrist werden? Ich fürchte ja Da wird Mama aber böse